Hallihallo meine lieben Freunde der gefleckten Tagesunterhaltung und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Guck. Ock, 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 ock. So. Bisschen tauschen, das setzen wir auf die 4. Wo jetzt ein bisschen krass niedrig ist, ja. Aber ist das jetzt nur ne... Ja, aber man könnte noch ne Leiter bauen und dann könnte man hier oben weiter... Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Gut. Vor allem kalt. Wir sollen jetzt was wärmeres suchen. Ist ja nicht... Ähm... Wir gehen mal erst noch ein bisschen mit auf Nahkampfschaden. Ne. So. Baume. Warte mal, warte mal. Was haben wir eigentlich noch nicht? Äh... Fuse haben wir noch nicht. Da brauchen wir Leder. Okay. Und da brauchen wir im Endeffekt auch Leder. Gut. Ich hab mich jetzt kurz... Dachte ich... Scheiße, ich werd sterben. Kurzzeitig hab ich mir jetzt gerade echt eingeschissen. Was bist du? Boah, crazy. Wie viel hält denn das Vieh aus? Es gab es noch letzte. Gib Hypeutz. everach auch dazu. Aber ja live ist alles лежit. Wie viel hält einer. Wir schickenводen da komplett mal aus. jedwander 1 Ach Gott, okay, das ist nur ein Knüppel. Deswegen können wir... Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert. Ah ja. Wir sind halt auch krass erschöpft. Haben wir eigentlich Hunger? Meine Güte, würde ich das doch eigentlich gar nicht. Hunger haben wir auf jeden Fall auch. Also jetzt gleich nicht mehr. Wir haben uns auf jeden Fall irgendwie Knochen gebrochen. Da weiß ich auch nicht, wie wir das verbinden können. Können wir nicht einfach schlafen? Irgendwie, um vielleicht sogar Tage oder irgendwas zu überspringen. So, was mir vor allen Dingen auffällt, dass das irgendwie auch ein bisschen arg hell ist, ja. Kann das einfach mal ein bisschen sein. Also ich finde es... Meiner Meinung nach echt hell. Vielleicht täuscht es aber auch nur. Und vierte Füße brauchen wir auch noch. Was? Bleibe dann ein oder lege es ihr Kopf durch. Aha. Okay. Crazy. Oh, es gibt... Irgendwie kein Verband oder irgendwas, nein. Was wir für Knochenbrüche oder so nehmen können. Achso, das sind die Gegenden, wo wir das... Aha. Okay, verstehe. Auf allen Dingen, es ist kalt. Ich habe mittlerweile Klamotten an. Und er sagt immer noch, es sei kalt. Können wir die Fische vielleicht einfach so sammeln? Kurz Luft holen. Weil dieses... Dodo-artige Ding... Konnte nur zum Beispiel zähmen, indem er es mit Fisch füttern. Ja, das ist gut. Achso. Ah. So. Kann ich mit dir? So. So, dir kann ich jetzt eigentlich was reinballern. Zehn Bauer. Wann? Ja, nur was frisst du? Ich würde das jetzt einfach mal geben und warten. Sag mal, diese Bären und Co. Oh. Oh. Und Benommenheit zu verlieren. Also alles vor allen Dingen auch für Farbe und Co. Was mir übrigens auch gerade einfällt, ich muss mal gucken. Mein Fleisch zum Beispiel, was ich auf dem Grill hatte. Scheiße. Das Spielfreund, was ich angefeiert habe, das hätte man mit Fisch irgendwie füttern können zum... Kacke, das ist ganz schön dunkel, was ist ganz schön dunkel hier. Ich sollte vielleicht eine Standfacke. Ich sollte vielleicht eine Standfackel... Weil mir natürlich Feuerstein, weil... Weil mir natürlich Feuerstein, Stein und Stroh fehlt. Also ganz besonders Stroh. Ich kann schon wieder wahnsinnig werden. Ich not squat. Ich bin nicht so, ich bin nicht so, aber... Ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so... Jetzt habe ich noch mal. Was? Warum? Da läuft das Vieh, das Elendige. Wo ist denn jetzt so mein Eingang? Ja, Tür? Zu? Ich will es ja nicht abreißen. Wo ist meine Tür hin? Ich sehe es vor allem nicht. Kann ich jetzt wenigstens schlafen? Anscheinend nicht. Warum kann ich hier nicht irgendwie mal... Achso, Hunger. Ähm... Uh... Das... Tschüs ist... Okay. Das ist süß. Du musst vor allen Dingen meine, wo ist die Tür hin? Das geht mal, weil ich so sein gerade ein bisschen, ein bisschen auf den Sack. Ich kann nicht meine Tür bauen, weil mir fehlt Stroh. Aber da ist doch meine Tür, oder? So. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Feuersteine brauche ich? Das war eine Tür drin, das sehe ich gerade. So, das nehmen wir mal alles mit. Wollen wir mal gucken. Facke, hier so eine Standfacke, ne? Eins, zwei, drei. Davon bauen wir mal drei. So, und den bauen wir auch gleich immer noch. Achso, warte mal. Wo kann ich das? Hä? Wo ist denn das Ding jetzt? Ich bin... Das ist... Also, im Dunkeln ist es viel zu dunkel. Und sobald es hier Tag ist... Strohwand... Hä? Strohboden, wo ist denn hier meine komische... Strohtür? Wo ist denn jetzt meine Fackel hin? Ich stelle das Ding da jetzt einfach mal hin. Hä? Warum? Kann ich nicht einfach... Da am Schlafsack? Ey, neuer zufriede Gott. Ne, ich wäre kein neuer... Hä? Ach, nein. Oh, nicht zum Hauptmenü. Ach, Mann. Beim Hauptmenü ist es komischerweise auch verdammt laut. Ist mir mal aufgefallen. So. Muss das jetzt mal ein bisschen leiser machen. Okay, dann sage ich hier mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich werde jetzt nochmal laden und gucken, dass wir da wieder hinkommen. Ich weiß übrigens nicht, woran wir gestorben sind. Und, ähm, irgendwie... Müssen wir auch mal schauen, dass wir... Nachts Licht haben. Das heißt, ich werde mal ein paar Fackeln irgendwie basteln. Damit wir abends auch mal ein bisschen was sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal recht herzlich fürs Zusehen, meine lieben Freunde der gefleckten Dax-Underhaltung. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Hasht es euch gut gehen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.